Videoinhalte gibt es mit verschiedenen Bildseitenverhältnissen. Dadurch ist es möglich, dass der Bildschirm des TV-Gerätes nicht vollständig ausgefüllt ist. In diesem Fall kann das Bildformat angepasst werden. Um die Anpassung des Bildformats vorzunehmen, drücken Sie Menü, wählen Sie Bild und dann Bildschirmeinstellungen. Wählen Sie Bildseitenverhältnis, um die einzelnen Formate anzuzeigen. Wählen Sie das passende aus und bestätigen Sie mit OK. Mit der Option Auto wird vom TV automatisch das am besten zum Videoinhalt passende Bildformat ausgewählt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts oder durch Drücken der E-Help-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.